Der letzte der Steine. Oh, und ich muss sagen, ich habe jetzt schon wieder fast genügend Zähne zum aufrüsten. Oh. Die gehen komischerweise weg. Oder? Nein, die bleiben da. Okay. Habe ich mir das die ganze Zeit so höllisch schwer gemacht. Indem ich immer gedacht habe, die würden weggehen. So. Ähm. Nach hinten. Nach oben. Hallo? Der kommt da hin. Der kommt da hin. Der kommt da hin. Der kommt da hin. Wuhu! Das Tor ist offen. Nun kann ich wohl meinen Aufstieg zum Gipfel fortsetzen. Natürlich. Alice die Gipfelkletterin. Mhm. Ähm. Ja. Ja. Okay. Erstmal einen sicheren Punkt finden. Gut. So, die Frage ist wieder, ich muss wahrscheinlich da hoch. Gut, dann einmal da hoch. Denn wir müssen ja... Nicht genug, damit wir uns ausbeuten. Trinken Sie, ich lehre Ihre Brut von unserem verrotteten Körper. Ja, das ist klar. Ja, komm schon. Ich glaube, das Ziel, einmal so ein Level ohne zu sterben, hinzubekommen, ist für mich unmöglich. Wuhu. Uff. Nein! Jetzt bin ich dran vorbeigesprungen. Hm. Das war zu spät. Schade. Schade, schade. So, zack, zack. Zack, zack. Da bin ich. Und... Ja. Das war Riek Ich hasse diese Viecher Aua Kann ich den eigentlich ausweichen Aua Nein, den kann ich irgendwie nicht ausweichen Warte Boah, ich hasse allein schon das Geräusch von dem Der Gänsehaut Ich hasse Wispen Schlimm Ich kann Rotkäppchen rückwärts Ich kann das einmal eins bis zur elf Ich habe jede Menge verstand Wirklich, überzeugt mich Um die Sperre zu beseitigen Wecke den Frosch und leere seinen Magen Das da wecken? Was ist mit seiner Zunge? Und den ganzen Barzen? Und woher weißt du das? Ich sah, wie es geschehen kann Während ich schlief Ich habe ihn ausweichen Das ist für eine Zunge Ich habe ihn ausweichen Ich habe ihn ausweichen Ich habe ihn ausweichen Oh, raus da. Aua. Warte mal. Ach. Scheiße. Nein. Da komme ich nicht hoch. Nein, 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 nein. Ich hasse dich. Ich glaube, ich habe noch nicht einmal. Super. So. Umgehen. Nein. 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 Ich möchte fortfahren. Aber nur noch ein wenig. Ein bisschen. Ein wenig. Oder ich schneide den Kampf raus. Aber nee, das macht ja gar nicht Spaß. Hallo. Weg. Aua. Aua. Scheiße. Wo bist du? Okay. Was passiert, finde ich? Das macht ja gar nicht. Oh. Aua. Hier muss man ein bisschen leben. Hier ist hoffentlich auch Leben drin. Na. Hör auf mich zu greifen. Hör auf mich zu greifen. Klarinu für dich. Hör auf damit. Nein. Oh nein. Wieso? Wieso? Wieso bin ich so? Ha. Jetzt bekomme ich keinen Schaden. Und jetzt mache ich dir Schaden. Oder auch nicht. Boah. Wie kriegt man diesen Scheiß einen Stein da oben weg? So, schnell hier hoch. Natürlich verkackt man direkt das erste Mal. So. 1. Boah, wieso, wieso? Oh, zu spät gedrückt. Ja, entkommen! Ja, entkommen! Hallo? 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 Komm her! Oh, mein Gott! Mein Gott, mein Gott, mein Gott! Mein Gott! Mein Gott, mein Gott! Mein Gott, mein Gott! Mein Gott, mein Gott! Mein Gott, mein Gott!